so ein schnittchen es ist wieder tg zeit monaco mit bramen bramen und wir spielen wie schon gesagt monaco bramen den gentleman ja und ich nehme den lookout ich weiß gar nicht was heißt das quartier diamant heißt das ja wir haben ja die red hat habe ich letztes mal genommen weil man die leute so gut dingensten konnte jetzt nehme ich die jetzt noch mal so alles klar sondern spreche ich die mal i killed him no more sherry you did nothing that i did not ask es ist so geil dich französisch lesen zu sehen zu hören das ist der aber okay but they killed him i'm a petite scorpion it's okay you are with me now it will never be okay is there anything we can diamonds diamonds will make me feel better das haben wir doch schon mal vorgelesen ja ich weiß aber ja komm man scheiß drauf ach so die hatten wir nicht geschafft die mission ja ganz schneller ach so ja ich weiß das nicht mehr was denn hier passiert ach so leute ich hab einen geschmatzt der ist schon geschmatzt ja aber die können wir jetzt nicht umlocken ja das ist das problem der ist einfach der der hat mich vor allen durch die wand gesehen was ist denn das für eine scheiße verstecken bierkeke so jetzt habe ich mich versteckt aber ist der blöde ich mitgenommen ach das war c4 die ist in den busch reingegangen mami so okay ich gehe jetzt hier rein und werde den typen dann charmen hier pass auf ich habe den schlüssel so und jetzt verstecken wir uns quasi wieder im busch oder was ja genau jetzt geht er wieder ich bräuchte mal irgendwas womit ich den niederschlagen kann oder so so das klar genau diesmal gibt es gibt es das ganze hier aus meiner sicht nur noch mal kurz hier zu erwähnen so in den untergrund gehen ja ab in den untergrund ein sammeln so wird sie hoch was gibt es denn hier schönes zu sehen genau hier war hier ist ein haus geld so aber hier kann ich nicht durch da kann sich ja voll gut da ist allerdings schauen kann ja ich habe seinen schlüssel also muss mir ja vorsichtig sein ja bin ich weg hier weiter gibt es genau dadurch gelaufen dem moment wo ja aber das ist ich habe das nicht abgekriegt ja toll ich hab du musst den strom jetzt sofort noch mal ausstellen habe ich den schlüssel denn jetzt noch oder habe ich den jetzt quasi verbraucht weiß ich nicht noch abstellen ja mach mal so jetzt gehe ich hier durch aber ich sollte vielleicht auch schleichen wie komme ich dann an die dinger dran die vor denen stehen wenn wir den strom abstellen okay pass auf ich habe eine idee alter das ding ist genau in dem moment wieder angegangen aber egal ich habe die gecharmt aber der typ der will ja ich kriege richtig fed auf die fresse okay pass auf ich habe eine idee ja was denn ähm du komm mal ruhig wieder hier hoch du stellst sofort den strom ab weißt du ich bin der gentleman ja und ich bin dann aber ähm moment so jetzt quasi genau lol das war zu früh scheiße sorry sorry ja ist gut ja ist alles cool also ich gebe ich gehe dann durch die tür durch und dann hole ich mir recht bei diamond wollt den gleich den wenn der strom wieder angeht dann machen wir noch mal aus wo ich mir den safe weiß ich dann einmal durch ich bin der gentleman wir sehen ja gerade nicht okay ich kenne den strom jetzt nicht abschalten weil der typ mit auf den sack geht ja aber warte mal ich muss mal eben meine meine hause ich meine 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 tue zu machen jetzt soll ich das machen ja genau ja natürlich bestellen mit schluckers ok hasse raus ja ich komme ja da war super oder ja ich komme hinterher und jetzt warte ich ja jetzt wo wir brauchen links unten jetzt noch den scheiß ja ich wenn wenn er uns sieht er scham ich denn alles cool Ich sollte mich nur heilen ja das wäre auch nicht schlecht Jetzt habe ich einen gecharmt. Dann geh ich mir jetzt noch kurz hier die Dinger holen. Das war jetzt aber nicht so cool. Ach du bist durch den roten Strahl durchgelaufen. Nee, ich nicht. Wahrscheinlich der Typ der mir hinterher läuft. Okay, vielleicht sollten wir hier raus. Alter, Alter, Alter. Wow, das brauchen wir mal richtig hart auf die Fresse bekommen. Okay, ich muss jetzt leider warten. Ja, warte mal. So, komm, jetzt verzieht euch doch mal da oben. Kann ja wohl nicht wahr sein. So ist brav. Ja, so ist brav. Schön weggehen. So ist gut. Jetzt passt auf, dass du nur da durchlaust, wenn die grünen sind. Ja, ja, alles cool, Mann. Das macht man gechillt, Alter. Das ist ja noch null Problemo, da bist du schon wieder da. Zack, dann schon sind wir wieder weg. So, wir müssen uns auf jeden Fall noch den Pokal links holen. Oh, ja stimmt. Bei Underground Champling. Oh, hoch. Ja, okay, der ist safe hier, der Typ. Aber der da unten, da müssen wir uns jetzt dran ver- Kann der auch da durchgehen? Nee, kann der nicht, der löst das nicht aus. So. So. So, ich geh vor, warte, ich kann ja hier, äh, Charmen. Ja, aber nur einen. Guck mal, wie viele Leute da drin sind. Ah, Leute, der kommt auch uns aber hinterher. Oh, das ist aber uncool. Oh, die sehen uns. Die sehen uns. Die sehen uns. Ja, ja, ich bin weg. Der Typ geht aber auch nicht weg. Wenn der so richtig weg geht, dann ich höre, dass ich... Jetzt geht er weg. Jetzt hab ich ihn ent- entcharmed. Moment. Ich kann mal ganz kurz einen Blick riskieren. Ich bin da grad noch getarnt. Und? Lol. What the fuck? Wieso kommt der von da unten? Ich mach jetzt mal das Ding hier aus. Pass auf, dass der gleich nicht entchar... Okay. Garde! So, jetzt haben wir zumindest den Scheiß... Haha, hast denn einfach den Pokal abgesnackt, ey. Den Pokal. So, jetzt können wir quasi gleich nach oben gehen. Oder willst du die Diamonds dann noch holen? Die Diamonds? Scheiße, ich wollte ja anderen Typen schauen. Ja, ich hab jetzt alles geholt. Jetzt kann man abgehen. Ja, einen hast du vergessen. Einen? Achso. Ja, da liegt keiner. Ja, ist pech. Ah, okay, komm. So, Street Level. So, links oben ist noch einer. Ja. Ja, cool. Oben links steht auch, wie viele man hat. Underground 5. Ja, stimmt. Alter! Okay. Da könnte ich jetzt einfach durchlaufen. Ne, du nicht. Ne, ich kann da auch nicht mehr durch. Aber ich kann jetzt Strom abstellen. Stell dich vor die Tür. Unten. Warte noch kurz, bis es dir ausgeht. Jetzt. Wasser braucht man einen Schlüssel für. Ich hatte einen Schlüssel. Ja, einmal die Asche hier holen. So. Gut. Dann ist nach oben links. Nach oben links ist das wieder an. Ja, oben links ist noch so ein Pokal. So, Vorsicht. Langsam. Ah. Sehr gut. Sollen wir, dann lass mich mal kurz vorlaufen. Ja, Schnucki. Jawohl. Einen noch. Bei den Pokalen. Oh, Vorsicht. Lolen. Das kapieren die nicht, dass du in Verkleidung die Dinger kaputt machst? Ne. Okay. Das ist ganz schön abgefahren. Ich kann sogar die Kasse klauen. Ja, pass auf. Deine Verkleidung geht gleich weg. Achso. Na guck mal, das war doch gut. So und jetzt hier einmal hacken. Jetzt bin ich wieder normal verkleidet. Jetzt kannst du zumindest einmal ganz schnell hier dran vorbeilaufen. Oh, jetzt habe ich mich gesehen. Scheiße, ich muss hier weg. Ich muss noch ganz kurz. Scheiße, scheiße. Hier hoch. Okay. Kurz warten. Okay. Und ganz rechts ist jetzt der andere. Ganz rechts? Ja, wollen wir da oben über dieses Premium Display laufen? Nee, wobei da oben über das Premium Display kümmern liegt. Auch da oben sind wieder die Scheiß. Ich kann nochmal kurz hier ein Hack machen. Ich kann die ja mal charmen. Also den Typen her. Oh, scheiße. Ich habe den gecharmt. Ja, der sieht mich schon wieder. Ich hätte eine Idee, wie wir nach rechts kommen. Wenn wir in den Underground hier nochmal gehen. Ja. Ja, wir können aber auch hier aus der normalen Haupttür raus. Und dann einfach mit Quellen Platz nach rechts laufen. Können wir auch machen. So. Oh. Müsst ihr so eine Fähigkeit wie bei Assassin's Creed haben, sobald die sich dem Busch nähern und einfach da reinziehen und killen. So, jetzt muss ich vorsichtig sein. Ich gehe jetzt einfach mal hier oben rum. Also ich muss auf jeden Fall den Typen direkt... Ja, aber ich charme den. Wir kommen da so nicht rein, weil die direkt auf den Eingang... Weißt du, wie wir da reinkommen? Wir können in den Underground gehen und rechts rauskommen. Wenn das geht. Ich weiß nicht, ob das geht. Da können wir da rechts ist auch noch so ein Underground. Street Level. Ah ja, stimmt. Das stimmt. Okay. Das war mega sneaky, oder? Das war mega sneaky, ja. Hat aber keiner mitgekriegt. Aber wir waren so leise wie so ein leiser Furz. Wir haben nur so einen leichten Gestank hinterlassen, weißt du? Was machen wir das hier eben auf? So. Ich scham den hier rechts. Ja, für den Schlüssel. Nee, brauche ich ja nicht. Wobei doch. Ich charme den. Jawohl. Hab ihn gecharmed. Dann räum du mal da drinnen auf. So, hab ich mir den hier noch. So, den nehmen wir jetzt schnell, um hier nach unten zu gehen quasi. Ja, warte. Hat Diamanten noch. Wer ist jetzt gesehen worden? Okay, wir haben alle. Wir haben alle. Was haben wir jetzt alle? Wir haben alle Diamanten. Wir haben alle Diamanten. Ok. Wir haben alle Diamanten. Jetzt hol ich mir das noch. Den, den, den. Hier noch ein Diamanten. Ja, alles cool. Den kann ich ja einfach so charmen. So, ich leg dir jetzt eine Bombe hin, dann mach ich doch mit dem Mega Terror. What the fuck? Oh Garde! Aber du hast jetzt keine Wand damit eingerissen, oder? Doch. Ja? Was, damit kann man die Wand einreißen. Ja, stimmt. Lass dich nicht killen. Lass dich dann noch einen hin. Loll! Bam, Junge! Ganz sneaky. Keiner weiß, wer dich jetzt war. Ich hab da auch mal so ein Ding hingelegt. Ich will nämlich noch die, äh... Die Dingens da haben. Na, jetzt pass auf. So, herzlichen Dank. Jetzt hole ich mir die auch noch. Ja, sehr gut. Guck mal, die Premium Jewelry holen wir uns jetzt auch sofort. Dann ballen wir einfach eine Bombe vor und dann holen wir uns das. Mal ganz kurz einmal hier... Oh, oh. Ich glaub ich fliech jetzt nicht los. Ich hab mir gerade nur ganz minimal Schaden gemacht. Im Prinzip kommen wir... Ne, Premium Liste müssen wir noch quasi, wa? Ja. Ja. Ich hab die gesamten Wände hier weggespringt. Warte, Strom! Kannst du den Strom wegmachen hier? Ne, der Strom kann nur den Hacker wegmachen. Ach, scheiße. Ja, pass auf. Wir gehen jetzt hin. Äh, 3, 2, du schnappst dir den Rechten. Und wer schneller ist, dann den, äh, unten in der rechts in der Ecke den. Und dann verschwinden wir sofort wieder in der Treppe. Also, 3, 2, 1, go! Lol. Warum ist das Ding jetzt ausgegangen? Egal. Egal! Scheiß drauf! Boah, da oben ist noch mehr, ey. Da oben links meinste? Ja. Können wir uns... Ja. Na. Na gut. So, jetzt ab. Weg hier. Weg hier. Schnell wieder da oben rein. Ah! Ah! Schnell, Brammen! Schnell! Jawohl! Hohohoho! Leute, ich bin tot. Ja. Bleib einfach da. Bleib einfach da. Bis sie weg sind. Ja, so ist gut. Boah, da hab ich nicht mehr geschafft, ey. Da hab ich zu viel da Schaden gekriegt, einfach. Ja. So, jetzt bin ich wieder hier oben. Also, klar. Geh wir jetzt raus. Rennen! Boah, ja. Das war deine Antwort. Überla. Stop. Mach dich sogar die Tür auf. So, und jetzt verstecken wir uns einfach noch schnell. Ja. Und dann, wenn er sofort geht, gehen wir ins Auto und dann ist das Level geschafft. Genau. So. Okay. Ja, scheint wohl, passt zu haben. Jawohl, Junge. Okay. Haben wir gekriegt. Ey, wir haben alle gesammelt, oder? Ne, haben wir nicht. Wir haben fünf Stück oder so haben wir nicht gehabt. Hey, die aus dem Untergrund wahrscheinlich dann nicht, oder? Unlocked. Jalerie da Art. Okay. Ja, komm, dann go, go. Nächstes Level. Ja, äh, und, also, also. Ist dann, äh, Galerie da Art. Galerie da Art. Ja, komm. Ich muss sagen, die Red Hat hat schon echt gute Dienste geleistet. Ja, komm, dann nehmen wir die. Nehm ich die einfach nochmal. Ja, mein süßes Skorpion, diese Frogs, die du hast gefunden haben, haben so lieb. Ja, ja, mein Lieber, ich sage, hey, ich bin sehr hilfreich. Eine kleine claimed Downじゃない. Ja, ich liebe ihn. Und diesen kleine Küchen ist erst dann so ganz ganz alt. Oh, oh, did you hear that, oh, 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 ungesagt? Ah, oh, 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 oh. Heess ja weggedrückt. Ach, hi, oh, oh. Ach so, okay. Und das ist nicht, ich weiß nicht, was er noch gesagt hat. Und die plotereine. Und die Cha ups ja, ich liebe dich, kláriere Mann. Okay, jetzt, okay, nicht bemerkst. Aber der mit dem Muster ist mein Favorit. Kann ein großer, starker Mann wie du mir mit etwas helfen? Ja, natürlich. Ich meine, wir... Verdammt, sag ich euch, der Gentleman. Natürlich. Ich meine, wir sind bald in Monaco. So schnell. Alles, was du brauchst. Alles aus der Art Exhibition. Ja, geil. Ja, ich bin bereit. Komm. Gib ihm. Okay. Boah, ich nehme mir hier so ein Ding mit zum Erschlagen. Das ist voll gut. Heißt, ich kann die, die ich schame, weglocken und einfach niederknüppeln. Ah, hört sich echt gut an. Ich muss mich auf jeden Fall zwischendurch ein paar Münzen sammeln lassen, damit ich Muni kriege. Komm mal hier. Ich möchte das mal ausnehmen. Damit ich die ein paar Mal mehr... Lol, jetzt hast du die schon rein. Kann ich die Scham? Oh, oh, oh. Mehr kann ich nicht. Ah! Doch, wir können auch zu zweit rein. Ja. Dann weiß ich eben, wie wir da zu zweit rein können. Am besten ist, wenn der Typ mit dem Schlüssel gleich Charms. Ja, das ist jetzt aber ein bisschen schwierig. Wir sollten jetzt erstmal die Troller hier umlegen, die Besucherin. Ja, du hast aber nur zwei Schläge oder so. Ja, aber je mehr Münzen ich einsammel, desto mehr Schläge kriege ich ja auch wieder. Vielleicht sollten wir den mit dem... Vielleicht werden ein paar Schläge von mir haben. Die kann nicht Scham. Warte, ich bring die raus, dann töd ich die draußen. Dann sieht er doch keiner. Zack! So. Ich hab jetzt gar keine Schläge mehr. Ich muss jetzt auf jeden Fall einsammeln. Wir machen mal davon die Türen gerade auf. What the fuck? Warte ich hier lang? Nein. Loll! Der belebt die wieder! Der hat die Frau wiederbelebt. Die ich gerade mit dem Ding jetzt gekillt hab. Wusste ich gar nicht, dass die das können. Also gehen wir jetzt am besten vorne rein, oder was? Jaaaa... Okay, dann warten wir kurz hier. Wir brauchen auf jeden Fall den Typen mit dem Schlüssel, damit wir hier oben reinkommen. Jaaaa, da rechts läuft einer. Oh, vielleicht sollte ich den mal Scham und eben rauslocken. Komm mal mit. Ah, das Problem ist, ich kann den nicht töten. Scheiße. Guck mal, der Typ jetzt gleich mit dem Schlüssel her mir vorbeilaufen sollte. Dann denke ich mir den. Ja, pass auf, der Typ mit dem Maschinengewehr kommt jetzt gleich wieder. Ich hab den nur so lange eben rausgelockt. Ach, scheiße. Vielleicht hätte ich den mal anfangen. Sauber! Da ist noch einer mit dem Schlüssel, den hole ich mir. Ja, hab ihn. So, jetzt hier hoch. Ja, warte. Warte, warte, warte. Qui va là? Identifiez-vous immédiatement. Immédiatement, hein? Vous voilà, hein? Ich bin Francais, lol. Bist du das, der da unten steht, oder ist das das? Ja, ich bin der da unten steht. Ich wollte gucken, wo der Typ hinläuft. Oh, der kommt wieder zurück. Läuft jetzt vorbei? Ja, der kommt hier hin. Ja, der läuft jetzt da unten rein. Also, ich könnte hier die Tür aufmachen. Ah, da kommt noch einer. Guck mal. Wo geht denn jetzt hin? So, jetzt kommen wir uns erstmal hier. Okay. Geiste, ich hab's versorgt. Ich hab's versorgt. Ja, wieso bist du straighter durchgelaufen? Warte, warte, warte ich es nicht. Okay, ich hätte den jetzt einfach gecharmt. Komm doch hier oben in die Büsche rein. Moment, jetzt hier bin. Er wollte erst noch verkleiden, ey. So ein Stromling. Da kommt einer. Ja, die sehen mich aber jetzt gerade nicht mehr. Alter Vater. Und jetzt beleben die die auch noch wieder, ey, so ne Scheiße. Sorry. Und du hast dir nicht mal den, äh, den Pokal jetzt da oben gesteckt. Ach, scheiß, der safe, wa? Ja, sicher. Moment. Ja, ja auch der, auch der Pokal, der da oben steht, ne? Oh, fuck. Vorsicht, da kommt einer. Aber auch mal, der hinrennt. So. Ich hab echt kein, kein Material. Oh. Alter Vater. Was auch, ich geh mir jetzt hier sofort den Blitz holen. Kann echt nicht wahr sein. Kann, darf nicht wahr sein. Boah. Ich hab mir auf jeden Fall in den Pokal gesnackt. Ja, sehr gut. Hast du, meine, meine Inkompetenz hast du ausgenutzt. Ja, quasi. Ich hab mir gedacht, wenn du schon... Oh mein Gott, Braben! Komm in den Busch rein. Jawoll. Oh Gott, Alter. Lol. Naja, alles kaputt. Naja, alles kaputt. Ich hab mich da in den Buschplatz gemacht, aber da kriegst du mich wenigstens wieder. Ja, ja. Ich bin gar zu schlecht gewesen. Ja, kein Ding. Alles cool. So. So, jetzt vorsichtig. Da kommt wieder einer. Wo gehen wir denn jetzt lang? Rechts rum? Am besten hier oben, oder? Du musst das Ding nur wieder ausschalten. Ja, jetzt grad mal nicht. Warte noch. Okay. Dann jetzt. Ja, ich mach da einfach nochmal aus. Das Problem ist, hier komme ich und jetzt da durch. Stimmt gar nicht. Ja, warte, warte, bleib du mal da. Versteck dich in den Busch. Ich renne jetzt dadurch, löst du den Rahmen aus und versteck mich in den nächsten Busch. Ja, kein Problem. Guck mal, können noch nix. Lol. Achso, der stellt jetzt den Alarm aus. Okay, alles klar. Ja. Ja, soll er mal machen. Aber links um der Trisor, den hätt ich so gerne noch, ey. Ja, dann hol dir den noch. Betäubt den doch da. Ja, aber ich hab keinen Schuss. Ach, du hast keinen Schuss. Heißt, du kannst die gar nicht da weg machen, wa? Ne. Ah, Bram, was machst du denn? Ich bin... Ja, jetzt versteck dich in den Busch. Sonst verbrauchst du deine Verkleidung zu schnell. Aber jetzt müssen wir mal eben hier stehen bleiben. Wenn wir mal in den Bram zu kommen. Ohne Münzen kann ich halt nix machen. Ne, da ist jetzt halt Skill gefragt. Aber da du jetzt eine Verkleidung hast, kannst du dich bestimmt neben den Typen stellen und den Tresor aufmachen. Ne, kann ich nicht, weil der Laser da die ganze Zeit ist. An dem Tresor ist doch kein Laser, oder? Doch, guck mal, links, der eine zeigt die ganze Zeit so drauf. Was recht? Ja, woher hin jetzt denn? Oh mein Gott, Alter. Ja, ich muss jetzt auch am besten mal zu dir rüber kommen. Ja, ansonsten, oder wir sammeln jetzt erst ein paar Münzen und killen die Leute dann da einfach, oder wie auch immer. Oder du machst halt gleich mal, du machst jetzt halt erst mal voll die Panik da. Loll, das interessiert den da unten gar nicht. Nee. Da macht das geilen Alarm aus und gut ist. Hä? Du bist jetzt verpisst dich wieder. So ist brav. Da kommt einer. Da kommt einer. Loll, du bist voll an dem vorbei gesneakt, ey. Warte, ich charm die da oben. Wobei, vielleicht auch nicht. Ja, die sieht mich ja nicht mal. Warte mal, der Pokal da. Ja, pass auf, ich hole den jetzt. Meiner. Wenn die dich niederknüppeln sollten, dann belebe ich dich da einfach wieder. Ja, ja, kein Ding. Ich bin ja versteckt. Wir haben erst zwei von neun. Zwei von was? Zwei von neun? Ja. Pokalen? Ja. What? Okay. Okay. So, jetzt hab ich endlich mal wieder ein bisschen. Stopp. Was zu tun. Ich möchte nochmal hier kurz zwei Münzen. Hä? Hat dich wohl einer gesehen. Hä? Hat er nicht. Alles gut. Oh, ich brauch nur noch eine Münze, dann kann ich wieder einmal zuschlagen. Oh, hier unten ist natürlich mal mega creepy. Warte, ich charm den. Oh, der interessiert sich gar nicht für mich. Na gut. Oh, das war jetzt natürlich sehr geil. Alter, wie da genau wieder die ganzen Dinger erschienen sind. Krass. Ey, Bram, lass doch mal eine Münze übrig. Oh, sorry. Ja, ich brauch nämlich nur noch eine. Ja, dann hier. Ja, ne, warte, 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 warte. Warte, hier, hier, hier. So. Ja. Ich hab den jetzt zwar gecharmed und wir gehen jetzt auf den Second Floor. Puh. Jawohl. Sehr gut. War der richtig sneaky unterwegs gewesen, Alter. Ja, perfekt. Dann hol du dir erstmal paar Münzen. Ah. Was ist denn das hier? Oh, das kann ich nicht. Okay. Okay. Moment. Das kann ich ausmachen. Ich mach halt aus. Ne, mach du das aus und ich hol mit. Oder? Ne. Ja, jetzt. Moment. Jetzt suche ich mir schnell von dem Typen hier. Sein Manni. Und gehe hier hoch. Ups. Ja, dann kommen wir auch nach oben. Oder? Ja, ich muss mich eben kurz verstecken. Das kommt nämlich hier. Da kommt nämlich einer angerannt. Hä? Hä? Jawohl. Da hab ich den gecharmed und hab dem erstmal einen Schlüssel abgezogen. Junge. Ich kann jetzt da unten den Pokal holen. Da ist nämlich auch noch einer. Alter, du hast zwei geholt. Du hast zwei geholt? Ja. Alter, der wird klingt das scheißtelefon. Ja. Oh. Ja. Lass dich nicht killen, Bram. Oh, du hast den Strom ausgemacht. Das ist ja sehr praktisch. Jawohl. Alter, genau in dem Moment sind die Dinger, als ich da raus war, waren die Dinger wieder zu. Ey, das war perfektes Timing einfach nur. Okay, wir können jetzt nochmal. Mal zitieren jetzt nochmal. Das geht, wir haben alle. Geil. Sehr gut. Läuft. Läuft. Läuft, Junge. Läuft. 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 Okay, jetzt fliehen. Jetzt raus sneaken. Komm, jetzt machen wir es richtig sneaky, Junge. Wo gehen wir denn lang? Unten lang? Wir sind am schnellsten. ja wohl immer geile und haben wir gut eingesammelt aber gut verliegen lassen dafür haben wir alle pokale ja perfekt ja anlockt palaz du palais wie auch immer ja auf jeden fall an dieser stelle herzlichen dank fürs zuschauen wir sehen uns in der nächsten folge wieder wenn es wieder heißt monaco time ist am start genau sonntagabend also haut rein hier macht's gut